Okay, ein nächster Trailer, der mag den einsamen Wanderer, die meisten von euch kennen den ja bestimmt, der hat jetzt in dem Set gestern, im ersten Set, mich interviewt und ich dann im zweiten ihn nochmal und ich denke es wird euch gefallen, es ist ganz gut geworden, natürlich jetzt auch wieder ein bisschen länger durch diese zwei Teile, aber das macht ja nichts. Das könnt ihr dann schauen, bei Schauen und Hören, vor allen Dingen Audio, bei VK, bei BitChute, bei Odyssee und bei Rumble und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.